Was man tut auf Erde Aber meine Liebe kostet mich das Herz Ich danke dir und danke dem Geschick Für jeden Augenblick, in dem ich für dich leben kann Ich bin dein, nur dein, ich liebe dich Und wenn die ganze Welt sich gegen dich aufstellt Wenn alle dich verlassen haben Dann werd ich bei dir sein Ich will mein Leben für dich geben Und bricht es jetzt bei Was ist schon dabei Ich danke dir Auch wenn du mich vergisst Wenn du nur glücklich bist Mag auch dein Glück mein Unglück sein Ich bin dein Titanic Titanic Eine der wirklich grandiosen Schöpfungen des deutschen Filmes Die frevelhafte Jagd nach einem Rekord Getrieben von Leidenschaft und Liebe Fand mit dem Untergang der Titanic Ihr tragisches Ende in den eisigen Fluten des Ozeans Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Ass noch eine Schmuckkassette gestohlen Was suchen Sie denn da? Du kennst nur dein Geld und weiter nichts Und mit Recht Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes Und je höher Ihre Prämie Der Kapitän fliegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor Es sind auch Eisberge gemeldet So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit darauf setzen lassen Warum denn? Was ist der Einbruch? Sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmwesten an Deck Sagen Sie, es sei ein Manöver Meine Damen und Herren, die Schiffszeitung hat ein Busmanöver angeordnet Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen Die Titanic sinkt Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis Aber wir haben noch Rettungsboote Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere Rette sich, wer kann! Titanic ist der Film mit der großen Starbesetzung und tausenden von Mitwirkenden In den letzten Kriegsjahren fertiggestellt wird er jetzt erstmalig in Deutschland gezeigt Die Katastrophe der Titanic ist das atemberaubende Erlebnis und der dramatische Höhepunkt dieses Filmes Die Katastrophe in Deutschland 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 Ich habe die außerordentliche Generalversammlung der White Star-Linie einberufen, um Ihnen folgende Tatsachen zur Kenntnis zu bringen. Wir haben die Titanic gebaut, das größte Schiff der Welt. Und vorhergesehen in Zwischenfälle nicht zu erwartende Schwierigkeiten sind eingetreten. Die Baukosten wuchsten von Monat zu Monat. Wir waren gezwungen, unsere Finanzen bis aufs Äußerste anzuspannen, unsere geltlichen Reserven aufzubrauben und darüber hinaus große Kredite aufzunehmen. Resultat? Die Aktien fallen rapid. Herr Präsident! Na, ich frage ihn, welches Aktienkapital Sie vertreten? Insgesamt 200.000 Pfund, Herr Präsident. Daher darf ich mir wohl die Frage erlauben, ob das Sturz der Aktien der White Star-Linie überhaupt noch aufzuhalten ist. In meiner Macht steht es jedenfalls nicht. White Star-Linie 98! Wer kauft White Star-Linie zu 98? 96! 96! Ich verkaufe White Star-Linie zu 96! 95! White Star-Linie von mir zu 95! Ich verkaufe White Star-Linie zu 95! Meine Herren, die letzte Notierung ist 95! 95! Ja, wohl, Herr Präsident. 95! Und es wird noch weiter nach unten gehen. Oder glauben Sie vielleicht, dass all die kleinen Leute, die mit ihren Fahrschillingen in White Star-Linie spekuliert haben, jetzt auf ihren Aktien sitzen bleiben werden? Seien Sie so froh, wenn die kleinen Leute auch anbieten. Dann fallen die Kurse weiter und unsere Chancen, die Aktien eines Tages billig zu erwerben, werden immer größer. Das meine ich aber auch. Schließlich sind wir ja der Aufsichtsrat der White Star-Linie und nicht der Vorstellung von irgendeinem Wohltätigkeitsverein. Aber ganz abgesehen davon ist mir, was tun wir also? Das Einfachste von der Welt. Wir bieten auch an, damit die Kurse immer weiter fallen. Meinen Sie? Sind Sie Ihrer Sache so sicher? Ja. Können Sie uns eine Garantie dafür geben? Ich denke schon. Wirklich? Hä? Raus damit! Nächste Woche tritt die Titanic ihre Jungfernfahrt über den großen Teich an. Und Sie, meine Herren, nehmen als meine Gäste daran teil. Sie werden auf dieser Fahrt eine sensationelle Überraschung erleben. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter Weise nach oben schnellen lassen wird. Meine Herren, mehr möchte ich heute nicht sagen. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic, dem stolzesten Schiff der Welt, das bald in See gehen wird, zur Ehre unserer White Star-Linie und zum Ruhme Englands. Die船-Linie, die wir zusammenkraften, die uns nicht mehr machen, kann nur noch mehr nehmen. Die船-Linie und zum Ruhme Englands-Linie und zum Ruhme Englands-Linie und zum Ruhme Englands-Linie. Frau Ismier ist auf die schöne Gloria nicht fehlen. Welche Ruhe der seine Freundin mit dann dort bringt. Vielleicht will er sie heiraten auf Ruhrsee. Das wäre doch großartig. Präsident Ismier heiratet die schöne Gloria anlässlich der Jungfernfahrt der Dieter Leng. Sehr sinnreich. Vielleicht ist das die Sensation, die er uns versprochen hat. Also Käpt'n Smith, wir verstehen uns. Im Falle der programmmäßigen Ankunft in New York zahle ich Ihnen 5000 Dollar. Und für jede Stunde, die wir früher eintreffen sollten, nochmals je 1000 Dollar. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Was denn das? Sigrid Olimski, eine reiche Baltin. Heißt immer in der Welt umher. Etwas extravagant. Das sieht man. Verheiratet. Nein. Allein am Bord? Ja. Sollte man Sie nicht an unseren Tisch bitten? Wenn Sie wünschen, Herr Präsident. Ja, bitte. Musste das sein, Jus? Meine liebe Gloria, ich bin hier nicht nur zu meinem Privatvergnügen am Bord. Sondern auch als Präsident. Und als solche habe ich bestimmte Verpflichtungen. Die Frau Präsident Ismir lässt Sie bitten, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Bitte gern. Ah, der Präsident der Weib-Star-Linie gibt sich die Ehre. Noch 20 Millionen an seinen Tisch zu holen. So viel? Mindestens. Sie soll ungeheure Ländereien in Russland haben. Meine Herren, die Hocheistokratie höchstpersönlich. Die Herbstungin von Canterville. Dort Archibald Douglas. Wert? Ihre Hoheit rund 20 Millionen. Wer? Rund 2 Millionen. Schulden. Dann kann er es ja noch weit bringen. Wer sind die beiden? Geheimrat Prof. Dr. Bergmann und sein Assistent Dr. Lorenz. Wie viel? Nicht der Rede wird. Wissenschaftler aus Deutschland rechnen in Macht. Senior Cristobal Mendotz aus Kuba. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Haben Sie Pech gehabt, der ist besonders interessant. Auf wie viel schätzen Sie ihn? Na so acht bis zehn. Acht bis zehn Jahre Zuchthaus. Wenn ich mich auf dieser Reise nicht erwische, gebe ich meinen Beobastborddetektiv auf. Meine Herren, jetzt kommt der Mann, der seiner Frau die Titanic zum Geburtstag schenken könnte. John Jakob Astro. Frau Gemahle. Der reichte Mann an Bord. Auf die beiden Herrschaften haben wir noch gewartet. Entschuldigen Sie mich, meine Pflicht als Obersjord. Und ich will auch mal nach dem Rechten gehen. Und ich, lieber Doktor, nach dem Unrechten. Meine Damen, meine Herren. Ich bitte um Gehör für den Präsidenten der Weizthalie hier. Sir, Prost, Ismail. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Sie auf diesem jüngsten Schiff unserer Linie zu begrüßen. Dass die Titanic mit ihren 46.000 Bruttoregistertonnen das größte Schiff der Welt ist, wissen Sie. Dass es nach dem Urteil der englischen Fachwelt das sicherste Schiff ist, wissen Sie auch. Aber nun verkündige ich Ihnen die dritte Eigenschaft der Titanic. Sie ist auch das schnellste Schiff, das jemals über den Atlantik gefahren ist. Denn in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, erleben Sie die Sensation, dass die Titanic 26,5 Seemeilen in der Stunde läuft. Das heißt, wir fahren Weltrekord. Ismail ist doch ein Genie. Und jetzt gehen wir zum Punker hinab und bestellen telegrafisch so viele Aktien, die wir trinken können. Aber schnell, bevor die Sache in der Zeit umsteht. Die Schiffsleitung lässt den Zwischendeckpassagieren mitteilen, dass die Titanic rekordgeschwindigkeit fährt. Und zwar 26,5 Seemeilen in der Stunde. Damit ist die Titanic das schnellste Schiff der Welt. 26,5 Seemeilen. Wie viele sind das? Eine Seemeile hat 1850 Meter. 26,5 mal 1850, das sind... Ach, das kann ich nicht. Wer es zuerst raus hat, kriegt einen Kuss. Mein Gott, das ist doch einfach. Es sind ungefähr 50 Kilometer. Es sind genau 49 Kilometer die Stunde, Maxi. Nein, genau 49,07 Kilometer. Die Aussage der Schiffsleitung teile ich mit, dass jeder von euch in der Sonderprämie erhält, wenn die Geschwindigkeit durchgehalten wird. Das ist nicht so, dass jeder von euch in der Sonderprämie erhält, wenn die Geschwindigkeit durchgehalten wird. Das ist nicht so, dass jeder von euch in der Sonderprämie erhält, wenn die See so ruhig bleibt, dann sind wir mindestens einen Tag früher in New York. Ja, und die Maschinen sind ruiniert. Präsident Ismir wird schon wissen, warum er diese Geschwindigkeit befohlen hat. Läufer, wer fährt eigentlich das Schiff, Präsident Ismir oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Hm. Und warum verlangt er solchen Unsinn? Bitte. Bitte. Macht zusammen 9 Dollar. Hier sind 20 Dollar. Der Rest ist für Sie. Aber geben Sie die Telegramme gleich auf. Danke, wir nehmen keine Trinkgelder und die Telegramme werden der Reihe nach erledigt. Bitte schön. Guten Abend. Danke. Guten Abend. Korn fahren wir Weltrekord, da sind doch schon Leute da, die Kapital rausschlagen. Sieht dir das an? Der eine kauft für 200.000, der andere sogar für 250.000. White Star Aktie. Das ist ja fast eine halbe Million, dass man damit alles anfangen kann. Was hier noch so in die Welt funkt, dass wir Rekordgeschwindigkeit fahren. Zeig mal. Nee, nee, nee. Zunächst die Telegramme des Präsidenten an die Presse. Ja, Mann. Ja. Ja. Das ist ja fast eine halbe Million, das ist ja fast eine halbe Million, das ist ja fast eine halbe Million. Heute ist doch nicht der 13., sondern der 14. Und noch dazu Sonntag. Und draußen ist schönes Wetter und spielt schöne Musik. Und alles, Leute, auf die morgige Hand kommt in New York. Und wir beide, Bibi Falsch, wir beide freuen uns auch. Wir freuen uns, Bibi Falsch. Ja, und ich freue mich auch. Denn jeder glaubt, dass er seine vorzeitige Ankunft telegrafisch mitteilen muss. So ist das nun mal. Die einen haben das Vergnügen und wir an der Arbeit. Ja. Morgen, Herr Brede. Morgen, Herr Hopkins. Womit kann ich dienen? Sind die letzten Börsennotierungen schon da? Tut mir leid, noch nicht. Der Astor wartet dringend drauf. Das kann ich mir denken. Die Herren sind anscheinend alle sehr interessiert. Morgen, Herr Phillips. Morgen, Herr Hopkins. Moment mal, da kommt eben etwas durch. Ja, der Präsident Esby hat auch schon ein paar Mal draufgeschickt. Wartet dringend auf die letzte Notierung. Naja, kann man nichts machen. Also dann, guten Morgen. Bleiben Sie da, Hopkins, bleiben Sie da. Eben kommen die letzten Notierungen. Aber was ist denn, meine Herren? Warum denn diese Nervosität? Na, erlauben Sie mal. Wir kaufen auf Ihren Rat bei Star-Aktien. Sie versprechen uns einen großen Gewinn? Stattdessen verlieren wir Kopf und Kragen, wenn die Kurse weiter so fallen. Wir fahren Weltrekord. Das blaue Band ist der Titanic. Sicher, die Kurse müssen steigen. Sie müssten, aber sie fallen. Richtig. Bis jetzt. Es ist da eine Macht am Werk, die wir leider im Augenblick noch nicht kennen. Frau Hopkins? Ja. Haben Sie die letzte Notierung? Jawohl. 71. So. 71. Ja. Ismay hat alles auf seinen Geschwindigkeitsrekord gesetzt. Aber er hat sich verrechnet. Ich stoße noch weiter ab. Da steht ja nichts vorun, wenn ich das. Wissen Sie was, Hopkins? Ich werde den Kurs auf 60 drücken. Und wann kaufen Sie zurück? Geistreiche Frage, wenn die Gruppe um Ismay nervös geworden ist und Angstverkäufe macht. Und wenn ein White Star mit meiner Hilfe auf 60 heruntergefallen ist, dann dauert sich kein Mensch mehr zu kaufen. Und dann kaufe ich. Und dann habe ich sehr schnell 51% des gesamten Aktienkapitals in meiner Hand und die White Star-Linie und die Titanic gehören mir. Ich verstehe. Sehen Sie? Und die Titanic ist kein Aktienpaket. Die Titanic ist ein effektiver Wert. Und wirkliche Werte schaffen Macht. Und Macht, Frau Kims. Macht bedeutet, dass man haben kann, was man will. Sehr richtig, John. Was man will. Das bedeutet für dich noch mehr Macht. Sehr richtig, Madeline. Jenny? Ja. Bring den Schmuck fort. Frau Kims, schließen Sie die Schmuckkassette ein. Jedem das Seine, Madeline. Für mich mehr Macht. Für dich mehr Schmuck. Schmuck ist doch auch ein Wert. Aber nicht immer ganz wertbeständig. Auch Steine und Perlen unterliegende Konjunktur. Außerdem kann man sie nur dann richtig geborgt sein, wenn man sie aus der Fassung bringt. Genauso wie die Frauen. Sie ist ja heute sehr aufgeräumt, John. Ich habe auch einen, John. Hall ich dir? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Aber wenn der ist mir glaubt, dass er mir gewachsen ist, dann wird er sich. Was liebst du eigentlich mehr? Deine Geschäft oder mich? Alles zu seiner Zeit. Das heißt also, zur Zeit, deine Geschäfte. Jetzt nachher. Frau Lehn. Wo gehst du denn hin? Ein bisschen an die frische Luft. Hallo, Herr Geheimrat. Bitte? Erinnern Sie sich meiner nicht? Nein, bitte auch, nein. Mendoz. Cristobal Mendoz. Wir sind doch mal zusammen nach Buenos Aires gefahren. Sieh mal an. Herr Cristobal Mendoz und Herr Geheimrat Bergmann. Merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden sich kennen. Dann haben wir uns aber bestimmt mal auf den Pazifischen getroffen. Nein, nein, auch das nicht. Ja, Herr Mendoz. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte, Frau Lehn. Danke. Ach, bitte, können Sie mir sagen, wo die Kabine 350 ist? Zweiter Quergang links. Zweiter Quergang links. Dankeschön. Das ist eine schöne Bescherung. Ich schulde Sie bitte. Ich habe mich zu entschuldigen. Es ist doch meine Schuld. Ja? Natürlich. Selbstverständlich. Ach, bitte bemühen Sie sich. Ich darf Ihnen doch wohl helfen. Wenn das der Oberstorz sieht, habe ich Unannehmlichkeiten. Warum denn? Ich bin doch nur eine Angestellte. Das trifft sich ja großartig. Ich auch. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Franz Gruber, erster Geiger in der Kapelle der ersten Kajüte auf der ersten Reise. Dann dürfen Sie mir ruhig helfen. Haben wir eben beide Unannehmlichkeiten. Wissen Sie was? Nein. Machen Sie einen Vorschlag. Maniküren Sie mich. Machen Sie doch keine Dummheit. Helfen Sie mir lieber. Wo kommt das hin? Hier. Das da? Das auch? So, das wäre wohl alles. Dankeschön. Können wir uns nicht vielleicht einmal wiedersehen? Ich gehe manchmal auf dem Bootsteg spazieren. Wann denn manchmal? Ach, ziemlich bald. Ziemlich bald oder ganz bald? Bald nach zwölf. Bald nach zwölf. Bald nach zwölf. Ja, bitte. Oh, Verzaug. Ich hätte Sie gerne ein Augenblick gesprochen. Ja, ich komme gleich. Und das auch noch, ja? Was hast du denn? Ich habe mich verspekuliert. Ich habe mich total verrechnet. Verrechnet? Wie ist denn das möglich? Du hast doch erreicht, was du wolltest. Wir fahren Weltrekord. Die Aktien fallen Weltrekord. Sie fallen und fallen. Und das weitergeht, wenn ich übermorgen ruiniert. Wenn ich bloß wüsste, wer dahinter steckt. Was ich mit den anderen machen wollte, das braucht jetzt ein anderer mit mir. Aber es muss doch einen Ausweg geben. Kann ich dir vielleicht helfen? Du mir helfen. Wie sollst du mir denn helfen können? Ich brauche Millionen. Ich habe Aktien privat, versteht du? Auf Privatkredit gekauft. Ich kämpfe um eine nackte Existenz. Nimm dich bitte zusammen. Und du glaubst, ich hätte Lust, ein paar Tage für unsere Heirat eine Pleite von dir mitzuerleben? Nein. Also überlege jetzt mal ruhig und ganz nüchtern. Du hast eine große Position. Du hast die besten Beziehungen. Du hast einflussreiche Freunde. Bitte sie dir zu helfen. Wenn du sie bittest, kriegst du mich dann den Pfennig. Wer bittet, hat jeden Kredit verloren. Für sie spielt auch der Betrag, um den ich sie bitte, wirklich keine Rolle. Aber für mich. Es ist doch ganz egal, ob sie eine Million Schulden oder eine Million Vermögen haben. Wie meinen Sie das? Weil die Leute, die die Million von ihren zu bekommen haben, sie nicht fallen lassen können. Umso mehr Grund für sie, die mir tageleiweise zu versügen zu stellen. Ich verleihe kein Geld. Eher würde ich noch Geld verschenken, aber da ich kein Wohltätigkeitsapostel bin, verschenke ich auch kein. Doch, ich sehe, dass Sie... Sie sehen gar nichts. Nicht nur mal Ihre eigene Chance. Chance? Ja. Wie wäre? Sehen Sie, ich habe bestimmte Geschäfte vor, die unter dem Namen eines Lord Douglas, sagen wir, einfacher abzuwickeln wären. Entschuldigen Sie aber... Das aber wird ich mir an Ihrer Stelle noch ein wenig überlegen, Lord Douglas. Sagen wir bis morgen? In New York? Erster? Also bis morgen, Lord Douglas. Bis morgen. Hopkins. Warum haben Sie eigentlich Lord Douglas ohne weiteres vorgelassen? Verzeihung. Ihre Frau Gemahlin hat mir doch den Auftrag gegeben. Meine Frau? Ja. Ach ja, ich erinnere mich. Danke, Herr Kents. Herr Reiburler. Mein Dienst ist zu Ende. Wenn was passieren sollte, ich bin in der Bar. Haben Sie das gehört, wenn was passieren sollte? Wie kommt er überhaupt als einziger deutscher Offizier hier an Bord? Eigentlich war er längden vorgesehen, aber am Tag vor dem Auslaufen bekommt er eine ausgewachsene Blinddarmentzündung, hat der Kapitän den Petersen genommen. Weil er von früher her kennt. Temperatur bitte. 7,1. 7,1? In vier Stunden schon wieder um zwei Grad gefallen? Bitte nehmen Sie Platz. Beine hoch. Seien Sie vernünftig. Wer halten Sie mich denn für unvernünftig? Ich bin eine Angestellte und Sie sind ein Angestellter. Morgen sind Sie wieder ganz woanders in der Welt. Wissen Sie was? Wenn es Ihnen recht ist, nehme ich von heute ab immer nur da ein Engagement an, wo Sie auch sind. Ist das Ihr Ernst? Ja, vollen Heli. Da muss ich Ihnen aber etwas sagen, Herr Gruber. Was wollen Sie mir denn beichten? Ich bin eigentlich verlobt. Was heißt denn eigentlich? Entweder man ist verlobt oder man ist nicht verlobt. Also? Also das ist so. Meine Eltern möchten gern, dass ich den Sohn von unseren Nachbarsleuten heirate. Und seine Eltern möchten das auch gern. Und sei er ein sehr braver Mensch ist. Da möchte er auch gern und Sie möchten schön brav gehorchen, ihn heiraten und sich das ganze Leben unglücklich machen, nicht wahr? Ja. Nein, das werden Sie nicht. Man heiratet nicht aus Gehorsam, sondern aus Liebe. Verstanden? Jawohl. Das ist die erste Schiffsreise in meinem ganzen Leben. Wirklich, Hoheil? Ja, und wissen Sie auch warum? Ich habe immer das bestimmte Gefühl, ich darf nicht auf ein Schiff gehen. Mir passiert etwas. Aber Hoheil. Ja, Douglas hat mich auch ausgelacht. Aber trotzdem wäre ich nicht gefahren, wenn man mir nicht versichert hätte, dass die Titanic das erste Schiff der Welt sei, das überhaupt nicht sinken kann. Ja, das sagt man allgemein. Deshalb habe ich auch gar keine Angst mehr. Ich will jetzt ein wenig in die Sonne gehen. Kommen Sie mit? Ja, gern. Herr Petersen! Gehen Sie? Ich möchte doch noch etwas bleiben, Hoheil. Gut, mein Kind. Bitte, Herr Petersen. Dankeschön. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie mit einem Herrn Petersen verwechselt, der im vergangenen Jahr erst Offizier auf der Excelsior war und mit dem ich nach Ägypten gefahren bin. Sie sehen ihm sehr ähnlich. Nur bei der Herr Petersen, dem ich meine, ein reizender und besonders höflicher Mensch. Der hätte mich ganz anders gegrüßt. Verzeihung, herrige Frau, ich bin mir nicht bewusst, unhöflich gewesen zu sein. Sagen Sie mal, Herr Petersen, warum sind Sie eigentlich so böse? Sie haben früher immer so nett gelacht. Oder sind Sie im Dienst? Nein, ich bin dienstfrei, genau wie damals in Kairo. Ach ja, da habe ich mich scheußlich benommen. Und dabei hatte ich mich so gefreut, dass Sie mir Kairo zeigen wollten. Wissen Sie eigentlich, was damals passiert ist? Nein, ich weiß nur, dass Sie nicht mehr an Bord waren, die Frau, als ich nach Alexandrien zurückkam. Jetzt muss ich aber gehen. Warum denn? Das frage ich dir heute Abend. Du, mir? Ich, dir. Sie halten mich für eine verwöhnte, oberflächliche Frau. Sie mir gerade das tut, was ihr Spaß macht. Ist das nicht so? Jetzt muss ich Ihnen widersprechen, wenige Frau, denn sonst wäre ich unhöflich. Ich möchte Sie nicht noch einmal enttäuschen. Sie sollen recht haben, Herr Petersen. Und jetzt macht es mir Spaß, Ihnen zu beweisen, dass auch Sie alles tun müssen, was ich will. Das ist nicht sehr schwierig, denn als Schiffsoffizier habe ich die Pflicht, die Wünsche der Passagiere weitgehend zu erfüllen. Es gibt doch sicher aber auch Dinge, die Ihnen ausdrücklich verboten sind. Selbstverständlich, ja. Ich darf zum Beispiel Passagiere nicht in Ihren Kabinen besuchen, ich darf Sie nicht in die Maschinenräume füllen. Dann gibt es das Gehübt. Ich möchte die Maschinenräume sehen. Ja, ich sagte Ihnen bereits, gnädige Frau, dass es verboten ist. Es tut mir leid. Gut, vielleicht sind Sie dann so liebenswürdig und begleiten mich ins Beja-Zimmer? Gerne. War gut gespielt, aber leicht sind nicht gedacht, Frau Bruce. Sie geben mir damit eine große Chance. Ich fühle mich so gut, wie gewonnen. Sie werden bestenfalls 500 Punkte machen und 1.000 legen Sie zurück. 1.000, was sagen Sie jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet. Wer nicht mit allem rechnet, verrechnet sich leicht, Sir Bruce. Wie meinen Sie das? Nur so hingesagt. Auf alle Fälle ist unsere Partie jetzt unentschieden. Sir Bruce, ich habe eine große Bitte an Sie, aber Sie dürfen nicht Nein sagen. Wenn ich nicht darf, werde ich es natürlich auch nicht tun. Ich möchte gerne den Maschinenraum sehen. Das ist eine großartige Idee. Da gehen wir natürlich alle mit. Interessiert Sie das nicht auch? Sogar sehr. Ich verständige nur meine Frau. Aber wir müssten eine sachverständige Führung haben, Sir Bruce. Könnte nicht Herr Petersen mitgehen? Er ist gerade dienstfrei. Ja, aber natürlich kann er das. Wollen Sie uns bitte den Maschinenraum zeigen? Herr Präsident, dazu bin ich leider nicht gefugt. Dann gebe ich Ihnen hiermit den dienstlichen Befehl. Herr Präsident, als erster Offizier darf ich von Ihnen keinen dienstlichen Auftrag entgegennehmen. So, Herr Braun, bitte. Ich lasse den Kapitän bitten. Bitte sehr. Patrice? Ja? Wir wollen uns den Maschinenraum ansehen. Kommst du mit? Nein, das interessiert mich nicht. Außerdem ist es mir dort zu heiß und zu schmutzig. Wie du meinst. Ich danke Ihnen. Sie sind am Zug. Bitte. Wollen Sie Ihren König opfern? Ich könnte ihn jetzt ausschalten. Halten Sie das für möglich? Hm, wenn ich will, ja. Die Dame fühlt sich stark genug in der Umgebung eines Ritters und ihrer Knappen. Madeline. Sie scheinen Spiel und Wirklichkeit zu verwechseln? Aus manchem Spiel ist schon Wirklichkeit geworden. Spielen wir weiter. Ach, bitte schön. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Adresse, bitte. Herr Ludwig Schramm. Das Herrn können wir sparen. Hamburg, Große Bleichen 15. Große Bleichen 15. Dex, bitte? Nein. Wollen Sie nicht telegrafieren? Doch, doch. Der Dex heißt Nein, die Unterschrift Hedis. So. Also, Ludwig Schramm, Hamburgs, Große Bleichen 15. Nein, Hedis. Ist das alles? Jawohl, das ist alles. Du bist das. Nein, du bist. Und das ist alles. Ich möchte nicht telegrafieren. Das ist alles. Ich möchte nicht viel. Und das ist alles. Ich gehe in die Funkerkabine zu Philips. Bruder, die 15 Watt vor. Schon wieder eine Eiswahrung. Stellen Sie alles andere zurück und versuchen Sie weitere Berichte zu erhalten. Jawohl. Hier, schon wieder eine Eiswahrung. Mhm, da fahren wir ja mitten ins Treibweiß, ja. Wie war die letzte Temperatur? 5 Grad. 5 Grad, also schon wieder um 2 Grad gefallen. Das sicherste Zeichen, dass wir uns der Eiszone nähern. Ich werde den Kapitän veranlassen, weitere Maßnahmen zu treffen. Bitte, ja. Herr Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und sieben Achtel eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Der Beweis ist noch nicht erbracht, Herr Präsident. Ich verlange, dass direkter Kurs mit voller Kraft weitergefahren wird, Herr Kapitän. Das ist eine schwere Verantwortung für mich, Herr Präsident. Herr Kapitän, falls ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Eine solche Verantwortung ist für jeden Seemann untragbar. Was soll das sein? Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den Rettungsbooten nicht annähernd aus, um auch nur einen geringen Teil der Passagiere aufzunehmen. Jetzt aber genug mit Ihrer Schwarzmalerei. Das ist keine Schwarzmalerei, Herr Präsident. Wir haben die Pflicht, jede Möglichkeit ins Auge zu fassen. Das ist sogar bewusste Schwarzmalerei. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, Herr Petersen. Ich will damit sagen, dass Sie als einziger Offizier hier an Bord, gelinde gesagt, gar kein Interesse daran haben, dass die Titanic das blaue Band gewinnt. Für diese Bemerkung werden Sie mir zugegebener Zeit Rede und Abbruch stehen. Herr Kapitän, wir warten auf der Brücke hier auf Höhle. Kapitän Smith, Sie wissen, was die White Star-Linie von Ihnen erwartet? Das weiß ich genau, Herr Präsident. Kapitän? Kapitän? Ja? Eiswarnere von Dapfer Baltic. Man gibt dem dringenden Rat, die Geschwindigkeit herabzusetzen. Danke. Die Baltic ist ein kleiner Kasten. So etwas muss ich natürlich vorsehen. Meine Herren, es bleibt dabei. Wir fahren auch die Nacht über. Direkt ein Kuss. Volle Kraft. Sollten Sie mich brauchen, ich bin im Festsaal. Na. Tja, ja, Herr Petersen, Sie haben bekanntlich die Ehre, auf dem schnellsten und sichersten Schiff der Welt zu fahren. Moin, das ist in New York. Und da werde ich die Ehre haben, abzumustern. Eine solche Verantwortungslosigkeit mache ich nicht mehr mit. Läufer, mein Glas. Sie machen ein Gesicht, als ob der Klabautermann da oben sitzt und sagt, Huuu, ihr Leute, Sonntag ist heute. Ihr habt den blauen Diamanten an Bord. Den blauen Diamanten, der noch jeden Tod und Verderben gebracht hat. Danke. Wenn Sie so wollen, dann denken Sie bloß an die drei Leichen, die wir überführen müssen, die unten auf Eis liegen. Hören Sie bloß mit der Unkerei auf. Es wird Ihnen wohl kalt, was? Auch kein Wunder, nachdem das Thermometer schon wieder gefallen ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, bitte. Ihr Dienst ist ja sowieso zu Ende. Viel Vergnügen auf dem Festabend. Ich verzichte auf Festivität. Ich sehe nicht, aber ganz was anderes vor. Ja? Ein Kilogramm hier, Frau. Kilogramm? Danke. Ich gehe jetzt zwischen hinauf, Gloria. Bei dir dauert es hier doch eine Weile. Warum hast du es denn so eilig? Bist du verabredet? Nicht direkt. Außer doch. Siegri Dorlinski. Wie kommst du darauf? Ich bin doch nicht blind. Gut, dass du davon sprichst. Gloria, du weißt, was du mir bist. Aber du musst Verständnis für meine Situation haben. Diese Frau ist unermesslich reich. Ach. Das ist der Ausweg, den du jetzt suchst. Ich bitte dich, mir in dieser Sache keine Schwierigkeiten zu machen. Warum soll ich das? Ich nehme an, dass es sich doch nur um geschäftliche Dinge handelt. Ist wahr? Gewiss. Für. Und wenn es sich nun um mehr handeln muss? Das will ich dir sagen. Wenn es dabei bleibt, dass wir in New York heiraten, bitte tu, was du für dich dich hast. Bitte? Ach, Herr Petersen. Liebe Frau, entschuldigen Sie die Störung. Ich komme mit Anna bitte zu Ihnen. Ich muss Sie sprechen. Gerne, Herr Petersen. Ach so. Das ist Ihnen ja verboten. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht im Raufsalon möglich. Es tut mir leid, Herr Petersen. Aber wenn Sie mich jetzt sprechen wollen, dann bitte hier. Bitte. Mein Anliegen ist so wichtig, dass ich... ...sogar etwas tue, was ausdrücklich verboten ist. Ja, Herr Petersen. Das Leben ist manchmal gar nicht so einfach, wie man immer glaubt. Hm? Die gnädige Frau, wir fahren seit Stunden durch Treibeis. Es sind sogar Eisberge gemeldet. Ich möchte Sie bitten, Präsident Ismay zu veranlassen, die Geschwindigkeit des Schiffes herabsetzen zu lassen. Darf ich fragen, warum Sie gerade mich darum bitten? Ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Und Präsident Ismay interessiert sich doch offensichtlich für Sie. Offensichtlich? Und Sie glauben, er würde es mir zuliebe tun? Nein, ich glaube nicht, dass Präsident Ismay überhaupt irgendeinem Menschen etwas zuliebe tun würde. Aber er ist Geschäftsmann. Er denkt in Zahlen und 20 Millionen Pfund sind eine Macht. Ach so. Dann wenden Sie sich eigentlich gar nicht an mich, sondern an meine 20 Millionen. Das ist doch dasselbe. Ich wollte Sie nicht kränken, gnädige Frau. Aber Sie haben es getan. Nicht mit Absicht, das weiß ich. Dazu sind Sie viel zu offen und so gerade. Nein, Sie haben es ehrlich gemeint. Und das klingt doch nicht. Ja, Herr Petersen. Die Launen einer reichen, verwöhnten Frau. Entschuldigung. Ihre Bitte kann ich nicht erfüllen. Leider. Auch da nicht, wenn Sie bedenken, was alles auf dem Spiele steht. Wenige Frau, ich bitte Sie. Herr Petersen, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, wenige Frau. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich weiß, es war mein Fehler. Ich habe Sie für eine Frau gehalten, die nur das Unglück hat, zureich zu sein. Für eine Frau, die man lieben könnte, wenn es anders wäre. Ich habe mich getäuscht. Verzeihen Sie. Eine Frau, die man lieben könnte. Guten Abend, nötige Frau. Darf ich die Versuch, richtig? Eine Frau, die man lieben könnte. Woher wissen Sie denn das, nötige Frau? Ist die Geschichte mit dem Franzl schon Rummenburg? Mit wem? Mit meinem Franzl. Wer ist denn das, ihr Franzl? Der erste Geiger in der ersten Kajüte. Ach, und der hat das auch gesagt? Und wie? Er hat gesagt, ich wäre die einzige Frau, die er lieben könnte. Die er lieben könnte. Zu wem möchten Sie bitte? Ähm, ich suche die Kabine von Geheimrat Bergmann. Dann sind Sie falsch. Das ist die Wohnung von Herrn Astor. Ah, so. Geheimrat Bergmann wohnt 2728, dritte Tür links. Ah ja, danke. Ah ja, danke. Ah, danke. Gnädige Frau, ich komme mit einem etwas außergewöhnlichen Wunsch. Darf ich Sie um eine dringende Unterredung bitten? Dringende Unterredung? Darf ich Sie im Vorraum zum Festsaal erwarten, liebe Frau. Was suchen Sie denn da? Ach, jetzt wird mir klar, weil mich die Ehre hatte, so sehr von Ihnen beachtet zu werden. Geben Sie sich keine Mühe. Was Sie suchen, das habe ich hier, im Kopf. Aber eines interessiert mich. Für welche Konkurrenzfirma arbeiten Sie? Na, raus mit der Sprache! Wer hat Ihnen Auftrag gegeben, meine Formeln und Berechnungen an sich zu bringen? Das ist ja Formeln und Berechnungen. Der wähl ist der Auftraggeber! Ach, so. Ja, ich bin selbstständig. Ich arbeite auf altes Risiko. Wie wollen Sie mir das beweisen? Fuß? Ja? Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Zuerst eine Frage. Ja? Wissen Sie, dass wir durch eine gefährliche Treibeisregion fahren? Gefährlich? Für die Titanic gibt es keine Gefahr. Dann machen Sie, dass wir rauskommen. Na, raus! Wir warten das denn da mal auf. Ein Einbrecher. Ein Einbrecher? Und den lassen Sie so ohne weiteres laufen? Bleiben Sie da! Kommen Sie mal her. Dann kommen Sie mal her. Sehen Sie sich das mal an. Wenige Frau, ich bitte Sie, Ihren Einfluss auf den Präsidenten geltend zu machen. Die Geschwindigkeit der Titanic muss herabgesetzt werden. Warum? Wir fahren seit einem Tag durch Treibeisregionen. Ich denke, wir fahren Rekord, um das blaue Band für England zu gewinnen. Ja, Heimat. Das wäre ja... Das ist ja die Lösung Ihrer jahrelangen... Ja, 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 ja. Das Ergebnis meiner jahrelangen Berechnung. Ich wollte nur noch mal überprüfen, da kam der Kerl und störte mich. Ach, helfen Sie mir beim Nachrechnen. Das dauert nur eine Minute. Dann haben wir es geschafft, dann haben wir guten Konz zu feiern. Meine liebe, liebe Frau, das sind unangebrachte Sentimentalitäten, die ich mir nicht erlauben kann. Und wenn ich Sie sehr darum bitte? Es kommt doch nicht darauf an, ob wir ein paar Stunden früher oder später in New York ankommen. Doch, darauf kommt es an. So ist mir weiß genau, was er will und was er zu tun hat. Vielleicht nicht ganz, gnädige Frau. Wenn nämlich etwas passiert, dann ist es nicht nur mit der Rekordfahrt zu Ende. Dann ist die Titanic verloren und der Präsident auch. Frieden Sie doch keinen Unsinn. Warum kümmern Sie sich überhaupt um Dinge, die nur den Präsidenten angehen? Darum sollte sich eine so schöne Frau wie Sie nicht kümmern. Sir Bruce, is me? Keinen Augenblick. Da ist doch. Ich war eben auf dem Bootstab. Die Temperatur ist eisig. Wir befinden uns im April. Richtig. Und der April ist die Jahreszeit, in der in dieser Gegend Eisgefahr herrscht. Ich muss Sie bitten, mit dieser Ansicht nicht die Passagiere zu beunruhigen. Ihnen persönlich wäre es wohl recht angenehm, wenn das Schiff langsam fahren müsste. Es ist noch sehr fraglich, ob die Rekordfahrt sie helfen wird. Warten wir es ab. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was denn? Das kann ich nicht. Das kann ich nur, wenn wir allein sind. Gut. Gehen wir in die Bar. Ich finde es dort immer am nettesten. Da sind wir auch ungestört. Ich danke Ihnen, Gnege, Frau. Auch wenn Sie mir nicht helfen wollen, weiß ich, was ich zu tun habe. So, was denn? Ich werde dem Präsidenten nochmals auf die Gefahr hinweisen. Das brauchen Sie gar nicht. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt, welches der wahre Grund Ihrer schwarzen Malerei ist. Ich bedauere Ihnen darauf, keine Antwort geben zu können, da ich im Dienst. Ihr Dienst wird sehr bald zu Ende sein. Die Weizdarlinie legt keinen Wert auf Offiziere, die nur Unruhe unter den Passagieren stiften. Und ich lege keinen Wert darauf, Dienst zu tun auf einem Schiff, das nicht von Seeleuten, sondern von Börsenspekulanten geführt wird. Bitte mir diesen Ton. Gehen Sie in Ihre Kajüte. Ich entbinde Sie von Ihrem Dienst. Sie können mich am Bord weder vom Dienst entbinden, noch können Sie mir Befehl erteilen. Für mich sieht Sie nichts anderes als ein Passagier. Gehen Sie in Ihre Kajüte. 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 So, und jetzt tanzen wir beide mal. Masia, ja? Nein, Masia tanzt erst mit mir. Wer bestimmt denn das? Ich. Mach doch keine Dummheit. Außereinander hier! Sie haben hier ein Messer. Geben Sie das Messer hier. Ich kann sofort abführen und einsperren. Dass wir hier Ruhe erst verstanden. Geben Sie das Messer. Geben Sie das Messer. Geben Sie das Messer. Bruder Hart-Backbord. Bruder Hart-Backbord. Zum Donnerwetter, was ist denn mit dem Scheinwerfer? Bruder Hart-Backbord. Wo bleibt denn der Scheinwerfer? Die Kohlen sind abgebrochen, Herr Murdoch. Deine Leben sind neue. Sie sind keine Ersatzkohlen da, Herr Murdoch. Was, Sie haben keine Ersatzkohlen da? Das ist ja so. Schon gut, schon gut, da. Das wäre noch mal gut gegangen. Ja, aber wir haben das Eis berührt. Sollte man nicht in der Zentrale mal nachfragen? Aber die Zentrale hätte sich längst gemeldet, wenn irgendwas Ernstliches passiert wäre. Also ich gehe auf jeden Fall mal runter. Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Haben Sie das Schrapp gespürt? Jawohl. Vielleicht haben wir noch Fultmann Fische berührt. Die tauchen ja öfters in der Gegend auch. Nürfen die im schlechten Kommen sein. Ja, Moment. Ja, Herr Petersen. Sie hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Jawohl. Ja, Wassereinbruch im Kesselraum. Wassereinbruch im Kesselraum. Ich werde sofort den Kapitän verständigt. Maschine ist gestoppt. Ich glaube, die Maschinen laufen nicht mehr. Jawohl. Die Maschinen laufen nicht mehr. Wir werden zum Kapitän gehen und fragen, was los ist. Sehr richtig. Kommt alle mit. Wir gehen zum Kapitän. Das geht durch. Ich bin hier. Wir wünschen, den Kapitän zu sprechen. Der Kapitän ist nicht hier. Es wird doch irgendein Offizier hier sein. Es ist doch kein Offizier da. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Warum wollen Sie denn den Kapitän sprechen? Wir möchten gerne wissen, warum die Maschinen nicht mehr laufen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Wollen die Herrschaften mal einen Augenblick still sein? Ruhe! Ruhe! Der Herr hat recht, die Maschinen laufen nicht mehr. Erzählen Sie uns bitte, was Sie wissen. Sie sind zu schwarz, Romain. Wir sind zwar beschädigt, aber wir können nicht untergehen. Herr Kapitän, das Schiff ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. In zwei Stunden stehen die Schiffsschrauben in der Luft. Philipps. Philipps, senden Sie CQD. Titanic, beschädigt, erbitten dringend Hilfe, Smith. CQD, Titanic, beschädigt. Erbitten dringend Hilfe, Smith. Meine Herren, die Rettungsboote werden erst dann klar gemacht, wenn ich den Befehl dazu gebe. Herr Kapitän. Ja? Herr Kapitän. Im Festzeit ist man beunruhigt, man... Ja, 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 danke, schon gut. Herr Petersen, Sie übernehmen es, die Passagiere zu beruhigen. Sagen Sie, ein durch Treibeis hervorgerufenes Schiffsmanöver. Bitte, meine Herren, näher Plätze. Herr Philipps, ich muss ein dringendes Telegramm aufgeben. Privattelegramme werden im Moment nicht angenommen. Was soll denn das heißen? Das haben Sie ja gehört. Aber Präsident Ismail hat doch Herrn Astor persönlich zugesagt, dass seine Telegramme bevorzugt behandelt werden. Das interessiert mich nicht. Tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie. Wir haben zu tun. Meine Herrschaft, ich bitte einen Aufblick um Gehör von den ersten Offizier. Meine Damen, meine Herren, die Maschinen der Kitalik sind gestoppt worden. Vorsichtshalber Kurs und Geschwindigkeit ändern. Es liegt also durchaus kein Grund zur Besorgnis vor. Auch für Sie nicht, meine Herrschaften aus dem Fischendeck. Ich bitte Sie daher, sich wieder in Ihren Aufenthaltsraum zurück zu begeben. Ja, endlich. Ich warte schon eine halbe Stunde auf Sie. Ich hatte leiser noch etwas Dreckendes zu tun. Sie können mir gratulieren. Zu was denn? Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Astor eine Schmuckersette gestohlen. Und dazu soll ich Ihnen gratulieren? Nein, aber dazu, dass ich den Dieb gefasst habe. Und wissen Sie, wer es ist? Ja. Mein alter Freund Senior Cristobal Mendotz aus Kuba. Was ist das? Hey, was denn? Ja, hier, wo kommt das her? Da muss wohl ein Wasserrohr geplatzt sein. Wo müsste jemanden rufen? Richtig, das ist ein Grund, hier rauszukommen. Hallo! Aufwand! Aufwand! Hast du schon Verbindung? Ja, hier. Stamper Iduna kommt zur Hilfe. Der Standort ist auch angegeben. Die Iduna? Ich kenne die Iduna. Die läuft höchstens 13 Meilen. Die ist viel zu weit weg. Das ist zwecklos. Man weigert sich, Privat-Telegramme anzunehmen. Läscherlich. Ist mir glaubt, dass er sich noch retten kann, wenn ich ohne Funkverbindung bin. Er ehrt sich auch diesmal. 52 Prozent des gesamten Aktienkapitals sind mir ja jetzt schon sicher. Zu einem Durchschnittskurs von 60. Ein großes Geschäft. Nein, Groß ist das Größte und Beste, Herr Hopkins. Sie können schon alles fertig machen für die Ankunft in New York. Herr Jürgens, Herr Hopkins, noch eins. Sind Sie auf die Schmuckassette meiner Frau in mein Gepäck? Ich habe da ein paar besonders schöne Steine ausfindig gemacht, die ich gerne mit den blauen Diamanten zusammen verarbeiten lassen möchte. Das ist keine Überraschung für meine Frau. Jawohl. Übrigens, wo ist denn meine Frau? Wollen wir festzahlen? Nein. Zuletzt zeige ich die gnädige Frau mit Lord Douglas in der Bar. Sie irren sich. Ich bin nicht unglücklich. Auch wenn mein Mann nur an seine Geschäfte denkt. Auch wenn ich vielleicht nur ein Aktivposten in seiner Bilanz bin. Aber Sie lieben ihn doch nicht. Sie sind doch nicht glücklich. Ich habe Glück, dass Sie meinen, das ist Einbildung. Leidenschaft führt nie zum Glück. Doch. Na. Aber warum haben Sie mir dann Hoffnungen gemacht? Hab ich das? Ja. Vielleicht? Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht habe ich wirklich mit einer Möglichkeit gespielt. Aber sehen Sie, jetzt habe ich Angst vor meiner eigenen Courage. Weil Sie Angst haben, Ihr Leben zu ändern. Weil Sie Angst haben, Ihr Luxus aufzugeben. Ach, ich habe halt. Ja. Sie fangen an, nicht zu langweilen. Sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmbästen an Deck. Sagen Sie, es sei ein Manöver. Belügen Sie die Leute so lange, wie es geht. Erst auf das Sirenen-Signal wird in die Boote gegangen. Frauen und Kinder zuerst. Herr Petersen, Sie verständigen die wichtigsten Passagiere persönlich. Danke, meine Herren. Haben Sie die Schmuckkassette gefunden? Nein. Sie ist demnig zu finden. Jenny weiß auch nicht, wo sie sein könnte. Jedenfalls hat die niedrige Frau die Schmuckkassette zuletzt gehabt. So. Ja. Du hast mich rufen lassen, John? Ja. Warum denn? Eine Schmuckkassette ist verschwunden. Oh. Bitte lassen Sie uns allein auf jetzt. Was hast du denn, John? Beantworte mir bitte eine Frage. Mit wem warst du zuletzt zusammen? Warum fragst du? Mit Lord Douglas? Ja. Was habe ich mir gedacht? Was hat das mit dem Diebstahl zu tun? Es dürfte dir bekannt sein, dass Lord Douglas Bankrott ist. Kavaliersschulden, so nennt man das wohl. Deine Empfehlung hat ihm nichts genützt. Ich habe ihm nämlich kein Geld gegeben. Ja, ich verstehe dich nicht. Oder hältst du Lord Douglas für fähig, einem Diebstahl zu begegnen? Nein. Der Schmuck ist nicht gestohlen. Sonder? Der Schmuck ist nicht gestohlen, sondern verschenkt worden. Das heißt, dass ich... Das heißt, dass du deinem Liebhaber nur noch auf diese Weise zu helfen wusstest. Schade. Das hättest du mir fünf Minuten früher sagen sollen. Wieso? Das interessiert jetzt nicht mehr. Du kennst nur dein Geld und weiter nichts. Und mit Recht. Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube. Ja, was ist denn? Bitte die Schwimmbesten anzulegen und sich an Deck zu begegnen. Warum? Ist etwas geschehen? Nein, der Kapitän hat ein Bootsmanöver angeauftet. Legen Sie die Schwimmbesten an, gehen Sie an Deck. Bitte beeilen Sie sich. Bootsmanöver? Ich soll also gehen? Ja. Weiter hast du mir nichts zu sagen. Nein. Ich wünsche das Gespräch nicht fortzusetzen. Ich bitte euch nur, mich allein zu lassen. Hopkins! Bitte führen Sie meine Frau zum Bootstück. Zum Bootstück? Ja, zum Bootstück. Gehen Sie schon. Gehen Sie die Schwimmbesten an und begegnen Sie sich sofort an Deck. Warum denn? Der Kapitän hat ein Bootsmanöver angeauftet. Ach so! Das ist doch jemand. Jawohl, Petersen. Bitte legen Sie die Schwimmbesten an und begeben Sie sich sofort an Deck. An Deck? Warum denn? Ich bin nicht gefugt, dass Sie Ihre Nähe Auskunft zu geben. Augenblick. Aber mir werden Sie Auskunft geben. Ihnen als dem verantwortlichen Präsidenten werde ich Auskunft geben. Die Titanic sinkt. Die Titanic sinkt? Was sagen Sie da? Die Titanic sinkt. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Die Titanic ist aufgerissen von Bug bis unter die Kommandobrücke. Regen Sie keinen Unsinn. Über den Unsinn werden Sie sich sehr schnell im Klaren sein. In wenigen Stunden ist alles vorbei und dann sind ein paar tausend Menschen Ihretwegen zugrunde gegangen. Aber wir haben doch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Erstens haben Sie mir nichts zu befehlen. Zweitens lautet das Gesetz Frauen und Kinder zuerst. Und drittens gebe ich Ihnen den guten Rat. Gehen Sie in Ihre Kapitel und holen sich Ihre Schwimmweste. Bleiben Sie! Was wollen Sie noch? Bitte. Lassen Sie mich doch als Mensch zu Mensch mit Ihnen reden. Vergessen Sie den Vorfall von heute Abend. Ich war nervös. Es war eine momentane Erregung. Ich bitte Sie sorgen Sie für ein Rettungsboot. Sie hätten für Rettungsboote sorgen sollen. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich bitte Ihnen fünfzig mit den zehntausend Dollar. Besorgen Sie mir einen Platz. Und das werden Sie ja sehen, ob ich mitkomme. Ob du. Ob du. Nimm mir nur, du. Jetzt schreist du und hast Angst. Das hättest du dir alles früher belegen müssen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, ja. In Ruhe lassen. Jetzt soll ich dich in Ruhe lassen. Und was soll nun werden? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Und wenn nun wirklich was passiert? Wenn wir runtergehen? Dann ist es aus. Das Spiel ist aus. Ja. Das Spiel ist aus. Bis jetzt hast du dich ja eh lange genug aufgespielt. Aber jetzt werde ich dir was sagen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich in Frieden lassen. So, dann soll ich dich in Frieden lassen. Aber früh war ich dir gut genug. Mit Jahren redest du vom Heiraten. Du gibst mir jede Chance. Aber jetzt habe ich die letzte Chance, verstehst du? Ich und nicht du. Ich bin eine Frau. Jawohl, eine Frau. Und das heißt Frauen und Kinder zu retten. Alle Männer auf die Steuerbordseite. Alle Frauen und Kinder nach Backbord. Also bitte. Ich bin eine Frau. Alle Frauen und Kinder nach Backbord. Und jetzt Frauen und Kinder der Rheinler. Die Rettungsgürtel werden an den Treppen ausgegeben. Die Rettungsgürtel werden an den Treppen. Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Ich bitte, den Befehl der Schiffsleitung augenblicklich Folge zu leisten. Bitte beeilen Sie sich, meine Herrschaften. Handelt es sich wirklich nur um ein Wurzmanöver? Bitte holen Sie sich sofort eine Schwimmweste. Wollen Sie mir nicht die Wahrheit sagen? Doch, das will ich. Die Titanic sinkt. Sie waren außer Präsident Ismay wahrscheinlich der einzige Mensch, der die Macht hatte, diese Katastrophe zu verhindern. Auch Sie hätte Ismay gehört. Und einmal hätten Sie mit Ihrem Reichtum etwas Gutes getan. Jetzt spielt das Geld keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch ums nackte Leben. Aber die See ist doch ganz ruhig. Es können doch noch alle in die Boote. Wir haben 3000 Menschen an Bord und einige hundert gehen nur an die Rettungsboote. Vielleicht verstehen Sie, was das heißt. Das verstehe ich. Vielleicht sprechen wir jetzt zum letzten Mal miteinander. Und deshalb will ich Ihnen etwas sagen. Ich bin nicht mehr reich. Ich bin genauso arm wie Sie. Vielleicht noch ärmer. Und ich war glücklich, dass ich Sie an Bord wieder getroffen habe. Und mit Ismay habe ich auch gesprochen. So. Nun sagen Sie mir bitte, wo ich nicht gehen soll. Kommen Sie. Bringen Sie an Deck. Bringen Sie an Deck. Bringen Sie an Deck. Was ist denn? Was ist denn? Komm doch schon, Henry! Ich muss Bobby finden! Ach, lass doch Bobby sein, wo er ist! Komm! Ich muss Bobby suchen! Warte oben auf mich bei dem Boden! Henry! Henry! Bobby! Bobby! Bobby wo bist du? Bobby! Hier, Henry. Hier! Hier! Hier, Henry! Vor! Bobby! Henry, du! Ja, da sind die Polizei! Es geht unter! Warte, ich hole dich raus! Verlangen sofort, eingebote zu werden! Ich bin die Frau des Präsidenten Ismay und verlangen sofort, eingebote zu werden! Bitte schön, liebe Frau! Wir haben zusammenstoßen mit Eis gehabt! Henry! Ist die Bordkafelle angeblieben? Jawohl, in zivil mit angelegten Rettungskirchen. Es wird die Passagiere beruhigen. Befehl zum Spielen. Befehl zum Spielen. Herr Kapitli? Ja? Ach, Dankbar kommt uns zu Hilfe. Der nächste ist die Carpatia, aber sie ist nur 68 Seemeilen von uns entfernt. 68 Seemeilen, das heißt rund fünf Stunden. Also aussichtslos, danke. 717,119,119,119,119,119,119,1193,1193,1193,1193,1193,1193,1193,1193. Quando die Bordkafelle geht, trafia echte Stimme. Nach der Bordkafelle geht, trafia, schlaft die Klinge, trafia und schlaft die Klinge! Bitte kommen Sie, nehmen Sie meinen Platz. Siegfried! Ich bleibe. Ich bleibe, weil... Herr Petersen, bitte sofort zum Kapitän! Danke! Wir sehen uns später. Herr Kapitän! Herr Kapitän! Herr Kapitän, Positionslichter! Die Räne abstellen! Die Räne abstellen! Philipp soll sofort versuchen, Funkverbindung aufzunehmen. Philipp! Brede! Schiff in sich! Bord auf voraus! Versuchen Sie alles, um Verbindung aufzunehmen! Brede, sehe Sie zu, ob Sie von dem Schiff was hören! Wir können keine Funkverbindung mit dem Schiff bekommen, Herr Kapitän. Vermutlich ist es ein alter Frachter ohne Funkanlagen. Danke. Brede, lassen Sie Notraketen abschießen! Sind Sie wahnsinnig geworden? Seit wann werden weiße Raketen als Notsignale abgeschossen? Weil keine Roten da sind, Herr Kapitän, weil die Verantwortung so ist, ich kann hier so weit gehen, dass... Herr Petersen, ich verbitte mir jedes weitere Wort! Keine Roten da sind! Die Hauptsache ist, die sehen überhaupt, welche R.P. das sind. Die werden uns schon verstehen. Da, schon wieder Raketen! Das sind doch weiße Raketen! Weiße Raketen sind doch keine Notsignale, da hättest du mich ruhig schlafen lassen können. Aber warum schießen die mitten in der Nacht Raketen ab? Unserer Position nach kann das nur die Titanic sein. Die Feiern wohl ein Fest, weil sie morgen vor Mittag schon in New York sind. Lass die sich ruhig amüsieren, wir behalten jedenfalls unser Kurs bei. Guten Abend! Der Frachter nimmt keine Notiz von uns. Er läuft aus unserer Route. Was nun? Lassen Sie die Serien wieder anstellen. Und Sie sorgen dafür, dass die Rettungsaktion weitergeht. John! Ruhig, Anne, ruhig! Ich bin ja bei dir! Wir gehen jetzt in vollster Ordnung zum nächsten Boot! Ich nehme nicht an, dass Sie etwas umsonst tun. Was bieten Sie mir, wenn ich Ihre Gesellschaft zaniere und Sie in Ihrem Amt als Präsident belassen? Ihr Leben. Ja. Der Kapitän ist der Ansicht, dass wir spätestens in einer Stunde sinken. Der Platz in den Rettungsbooten ist beschränkt. Ich könnte vereinfachen, dass Sie berücksichtigt werden. Ich nehme Ihr Angebot ein. Ich saniere Sie und Sie garantieren mir meine Rettung. Alles weiter besprechen in New York. Es wäre mir lieb, wenn wir das schriftlich niederlegen würden, bevor wir in die Boote gehen. Sehr vorsichtig. Würden Sie andersherum? Nein. Herr Astro! Herr Astro! Ja! Herr Astro! Oben wird geschossen! Geschossen? Geschossen? Wieso? Es heißt, dass nur Frauen und Kinder gerettet werden können. Was? Nur Frauen und Kinder? Ja! Und wer von den Männern in Gebote wäre, wird über den Haufen geschossen. Isme, ich habe den Eindruck, dass Sie den vereinbarten Gegenwerken nicht liefern können. Popkins! Vielleicht finde ich jemanden, den ich seinen Platz abkaufen kann. Kommen Sie, wir gehen nach oben. Ich biete 150.000 Dollar für einen Platz im Boot. Es ist Zweck, dass meine Herren zuerst werden Frauen und Kinder gerettet. Warum denn? Frauen und Kinder, seid doch nicht dumm, Mann! Wir, wir können zahlen, ich bitte Ihnen. Eine halbe Million! Ich gebe Ihnen zum letzten Mal in Rat, holen Sie eine Schwimmwestung und gehen Sie an Deck! Ich freue mich, dass ich Sie noch treffe, Lord Douglas. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Störe ich, meine Herren? Im Gegenteil, Herr Astro! Ich hätte Sie sonst sogar in Ihre Kabine aufgesucht. Darf ich Sie mir erlauben? Die Schmuckkassette Ihrer Gattin, bitte. Wie kommen Sie zu der Kassette? Herr Menderts war so liebenswürdig, Sie vorsorglich aus Ihrer Kabine zu holen, und ich war so vorsorglich, Sie ihm wieder abzunehmen. Stohlen also. Da habe ich ja. Sie haben den Willen durchzuhalten. Ich weiß, es wird Ihnen gelingen. Und Sie, Herr Geheimrath? Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, aber so hat es keinen Zweck mehr. Ich habe meine Arbeit und meine Lebensaufgabe beendet. Sorgen Sie nur dafür, dass sie erhalten bleibt. Die Frankfurt, 153 Meilen. Nein. Philips? Olympik, 510 Meilen. Ausdruck. Zum Verzweiter. Das Boot muss zum Wasser. Wie? Das? Kommen Sie doch, das Boot muss zum Wasser. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, 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 gehen wir. Sie müssen hierbleiben. Hollein Hethi? Wie sehen Sie denn aus? Den Mantel hat mir Franzel gebracht. Ach, ihr Franzel. Ja. Ja, und dann will ich jetzt auch bitte hierher Bauer. Jawohl, wir sind hier geworden. Na dann, nutzen wir die Chance. Um gute Bauer. Danke. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 傷st. Ich bin doch willig, ich bin doch willig. Fertig! Siegfried! Du bist eine wunderbare Frau. Was habe ich denn nur für dich getan? Siegfried, ich... Was denn? Du musst jetzt ins Boot und das Schiff verlassen. Nein, ich gehe jetzt dann, wenn du auch gehst. Ich bin Offizier und habe zu bleiben bis zuletzt. Und in meiner Eigenschaft als Offizier befehle ich dir ins Boot zu gehen. Die Menschen dort brauchen dich. Halte sie so lange aufrecht, bis Rettung kommt. Ich bitte dich, geh! Also du befehlst es mir? Ja, es ist mir noch nie ein Befehl so schwer gefallen wie dieser. Dann gehe ich. Dann zie ich. Dann gehe ich. Dann gehe ich. Dann steh ich! Dann packen sie! Ich werde meinen ganzen Einfluss geltend machen, damit Ihnen persönlich aus dieser Katastrophe keine Unannehmlichkeiten entstehen. Wenn ich gerettet werde, dann wird... Ich habe geglaubt, dass Sie und Ihre Leute durch die Weltordnung über mich gesetzt sind. Ich habe Ihren Befehlen und Wünschen Folge geleistet. Ich habe mich geirrt, also der Esme. Sie wollen also zu meiner Rettung nichts unternehmen? Ich kann nicht. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Herr Esme. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Gerettet? Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! Herr Captain, die letzten Boote gehen vor dem Bach. Passagiere sind auf dem Vorschiff versammelt. Meine Herren? Sie haben Ihre Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie frei. Leute, ihr habt eure Pflicht getan. Nun, rette sich wer können. Wart auf mich, Anne. Warte. Ich suche uns Schwimmbest. Lass mich nicht allein kommen. Lass mich nicht allein kommen. Lass mich nicht allein kommen. Lass! Rettet sich wer kann! Die letzten Boote gehen von Bord. Lass uns Herr und Wart. Wir sind nichtävig. Wir sind nicht frei. dass Sie sicherer sind. Hör mir! Mensch! Lange! Lange! Komm doch mal da! Das ist doch die Anne! Hast du meine Anne gesehen? Du bist weg! Deine Anne ist schon lange weg! Weg? Lass mich los! Alle! Lange! 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 Flach! Lange! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß genau, was Liebe ist, wie schnell man da ein Ziel vergisst. Gefühl ist doch nur scheinbar mit Verstand vereinbar, Herz bleibt nur einmal Herz. Nur wenn ich selbst der Einsatz bin, nur dann hat Liebe einen Sinn, doch ohne diesen Grund kann ich nur lächelnd spielen mit Gefühlen. Ich bin eine Frau, die die Männer betört, die mit allen spielt und keinem gehört und ich will so bleiben, wie ich bin, wie ich bin. Ich habe ein Lächeln, was niemand versteht, das die Männer anzieht wie ein Magnet und so will ich bleiben, ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Es ist auf der Welt alles dazu gemacht, dass man schnell seine Träume vergisst. Ich hatte das Leben ganz anders gedacht, doch ich nehme es auch so, wie es ist. Ich bin eine Frau, die die Männer betört, die mit anderen spielt und einem gehört. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin.